Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Montag, 19. August. Erstaunlich ruhig sind die Reaktionen des politischen Berlin auf die Enthüllungen des Wall-Street-Journals über die Sprengung der Nord Stream-Pipelines. Hier handelt es sich immerhin um einen der größten Sabotageakte auf kritische Infrastruktur Deutschlands. Die Enthüllungen haben weltweit für Aufsehen gesorgt. Die ukrainische Regierung hat den Bericht entschieden zurückgewiesen. Offizielle Vertreter bezeichneten die Anschuldigungen als absolute Provokation und Unsinn. Dagegen haben in Polen Regierungschef Tusk und Präsident Duda deutsche Kritik an angeblich unzureichender Ermittlungshilfe Polens zurückgewiesen. Tusk schrieb am Samstag auf X, dem früheren Twitter, wörtlich, Zitat, An alle Initiatoren und Förderer von Nord Stream 1 und 2, das Einzige, was sie heute tun sollten, ist, sich zu entschuldigen und zu schweigen. Polen hatte die Erdgas-Pipelines durch die Ostsee stets bekämpft. Dänemark und Schweden haben die Ermittlungen in Sachen Sprengung der Pipelines bereits eingestellt. Die deutschen Behörden hatten Ermittlungen gegen drei Taucher aus der Ukraine aufgenommen. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft hatte bereits im Juni einen internationalen Haftbefehl gegen einen ukrainischen Taucher erwirkt, der bei Warschau wohnen soll. Doch der tauchte unter und reiste vermutlich in die Ukraine. Die polnischen Behörden haben nicht reagiert. Sie wiesen auf einen angeblichen formalen Fehler hin. Die deutschen Behörden hätten einen entsprechenden Eintrag in das Schengen-Register versäumt. Sarah Wagenknecht forderte eine Überprüfung der deutschen Unterstützung für die Ukraine, falls sich die Anschuldigungen bestätigen sollten. Ebenso kritisierte AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla die deutsche Unterstützung der Ukraine. Jürgen Trittin von den Grünen sprach sich jedoch für die Fortsetzung der Unterstützung für die Ukraine aus, solange keine eindeutigen Beweise vorliegen. Er betonte die Bedeutung der Solidarität mit der Ukraine im Zusammenhang des russischen Angriffskrieges. Der CDU-Mann Roderich Kiesewetter rechtfertigte die Sprengung der Nord Stream Gas Pipelines als legitime Maßnahme der Ukraine und betonte, dass die Ukrainer die Angegriffenen seien. Die Sicherheit der Ukraine sei, egal ob sie das zerstört haben oder nicht, in unserem Interesse, so Kiesewetter. Die CDU will eine längere Lebensarbeitszeit. Sie will im Falle einer Regierungsübernahme schnell eine Anhebung des Rentenalters. Heute sollen sich die Vorsitzenden der CDU-Mittelstandsvereinigung und die Sozialausschüsse mit dem Parteipräsidium der CDU treffen. Es werde auch im Regierungsprogramm wie im Grundsatzprogramm stehen müssen, dass wir die Regelsaltersgrenze an die Lebenserwartung anpassen, sagte die Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Gitta Connemann, in einem Gespräch der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sollten wir regieren, so Connemann weiter, werden wir diese Kopplung auch schon in der nächsten Legislaturperiode beschließen müssen. Auch die Möglichkeit, dass langjährig Versicherte zwei Jahre früher in Rente gehen können, müsse wegfallen. Eine Deutschland-Rente auf Aktienbasis lehnte Connemann ab. Norwegen würde seit Jahrzehnten riesige überschüssige Erlöse aus Bodenschätzen anlegen, wie sie sagte. Dies könne Deutschland nicht einfach in ein paar Jahren nachholen. Nichts sagte sie dazu, dass Deutschland ebenfalls über sehr hohe Energievorräte im Boden in Form von Erdgas verfügt, die genutzt werden könnten. Und sie sprach auch nicht an, wie sich nun Massenzuwanderung auf die Sozialkassen auswirkt. 45 Prozent der CDU-Mitglieder sprachen sich bei einer Meinungsumfrage gegen eine Brandmauer zur AfD aus. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte im Auftrag des Redaktionsnetzwerkes Deutschland eine repräsentative Umfrage unter CDU-Mitgliedern durchgeführt und gefragt, ob die CDU auf allen politischen Ebenen jede Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen solle, wie das die offizielle Parteilinie vorgibt, oder zumindest in den ostdeutschen Ländern und Kommunen von Fall zu Fall mit der AfD zusammenarbeiten soll. 55 Prozent hätten sich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. In den östlichen Bundesländern wiederum hätten sich sogar 68 Prozent grundsätzlich offen für eine Kooperation mit der AfD gezeigt. In Sachsen und Thüringen finden am 1. September und am 22. September in Brandenburg Landtagswahlen statt. Bei der Meierwerft in Papenburg steigen Bund und Land ein und übernehmen bis zu 90 Prozent der Werft. Dies berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Politikkreise. Die Auftragsbücher der Werft, die als eine der wenigen Werften weltweit Kreuzfahrtschiffe baut, sind gut gefüllt. Das Unternehmen benötigt aber knapp 2,8 Milliarden Euro bis Ende 2027, um bestehende Aufträge abzuarbeiten. Bisher halfen die Anzahlungen bei Bestellungen für neue Schiffe. Damit konnte der Bau bereits bestehende Aufträge bezahlt werden. 80 Prozent des Preises werden üblicherweise nach Ablieferung bezahlt. Doch während der Corona-Pandemie kamen keine neuen Aufträge herein. Neue Kredite seien für Banken nur darstellbar, wenn das Eigenkapital aufgestockt werde. Doch das Vermögen der Familie Meier sei weitgehend in der Werft gebunden, heißt es. Auch der Seniorchef der Werft, Bernhard Meier, soll den Plänen zugestimmt haben. Schweren Herzens, wie es das Handelsblatt reportiert. Im Unternehmensfeld werde dargelegt, dass er sich enteignet fühle. Entsprechende Aussagen soll er bei internen Veranstaltungen getätigt haben. Der Verfassungsschutz ist nach Einschätzung seines früheren Präsidenten Hans-Georg Maaßen selbst zu einer Gefahr für die Verfassung geworden. Der Inlandgeheimdienst werde eingesetzt, um die politische Konkurrenz auszuspähen und zu bekämpfen. In keinem anderen westlichen Land wäre es vorstellbar, dass ein Inlandsgeheimdienst auf Politiker anderer Parteien angesetzt werde, kritisiert Maaßen im Gespräch mit der September-Ausgabe des Monatsmagazins Tichys Einblick. Deutschland tue das Undenkbare und leiste sich einen Verfassungsschutz, der lieber die Ausspähung und Diffamierung der politischen Konkurrenz im Dienste der regierenden Parteien betreibe. Ein Inlandsgeheimdienst werde eigentlich dafür gebraucht, um Spionage abzuwehren, um Sabotage, um Terroranschläge abzuwehren. Das seien die Grundaufgaben eines Geheimdienstes. Aber er müsse diese Aufgaben auch wahrnehmen, erklärte Maaßen. Leider sehe er nicht, dass diese Aufgaben wahrgenommen werden. Zum Beispiel habe er das bei Nord Stream nicht gesehen. Vor dem Angriff auf diese kritische Infrastruktur hätte der Verfassungsschutz frühzeitig warnen müssen, so Maaßen. Er sehe auch nicht, dass wir bei islamistischen Übergriffen ohne Unterstützung durch die Partnerdienste auskommen. Er sehe das auch nicht bei Cyberangriffen. Stattdessen greife der Verfassungsschutz massiv in den demokratischen Diskurs ein, in dem bestimmte politische Parteien markiert würden, indem man sich dann äußere, jemand sei, gesichert oder nicht gesichert, rechtsextremistisch. Heute müsse ein Verfassungsfeind nicht mehr Bomben bauen, sondern nur die falschen Worte benutzen. Bisher galt es als verfassungsfeindlich, sich Munition zu beschaffen oder Bomben zu bauen. Das sind Handlungen. Unser Strafrecht sieht sogar die Strafbarkeit von Sprechhandlungen vor. Agitation im Sinne der Anstiftung, so Maaßen. Jetzt betreibe der Verfassungsschutz jedoch Wortklauberei. Diese Wörter wurden von Haldenwangs Amt mit Bedeutungen aufgeladen, die der Sprecher gar nicht im Sinne hatte. Diese Technik sei neu und unglaublich perfide. Der Onlinedienst X, das frühere Twitter, will seine Vertretung in Brasilien schließen. Ein Richter des obersten Gerichtshofes in Brasilien soll einem Unternehmensvertreter in Brasilien mit Verhaftung gedroht haben, sollte X den Zensuranordnungen nicht nachkommen und wenn nicht bestimmte Inhalte von der Plattform gelöscht würden. Elon Musk, der Besitzer von X, veröffentlichte ein Dokument, in dem mit Geldstrafe und Haftbefehl gedroht wird. Der Richter wollte von Elon Musk, dass bestimmte Inhalte und Konten von Nutzern gesperrt werden sollten. Diese Nutzer hätten angeblich während der Regierungszeit des früheren konservativen Präsidenten Bolsonaro sogenannte Hassbotschaften und Falschinformationen verbreitet. Musk bezeichnete diesen Vorgang als eine absolute Schande für die Justiz. Er wirft den Richtern Zensur vor und erklärt, dass X den geheimen Zensur- und privaten Informationsherausgabeforderungen des Richters nicht zustimmen könne. Ein Richter des obersten Gerichtes hatte bereits Anfang April Ermittlungen gegen X eingeleitet. Nach einem Bericht des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses über die Zensurkampagne Brasiliens seien 28 Anordnungen an X und 37 Anordnungen des obersten Wahlgerichtes Brasiliens gegenüber 300 Benutzerkunden erlassen worden. Darunter sei auch das Konto des ehemaligen Präsidenten Bolsonaro und anderer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie es heißt. Musk prophezeite, dass die Verfahren zu Umsatzeinbußen in Brasilien führen würden und betonte, dass Prinzipien wichtiger seien als Profit. Er empfahl später, dass Nutzer ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, benutzen sollten, wenn die Plattform X in Brasilien abgeschaltet werden sollte. Außerdem schrieb Musk, dass X alle Forderungen des Richters veröffentlichen würde, da sie gegen brasilianisches Recht verstoßen würden. Die Entscheidung, das X-Büro in Brasilien zu schließen, sei schwierig, so Musk. Aber wenn X der illegalen Geheimzensur und der Herausgabe privater Informationen zugestimmt hätte, hätte X das Handeln auf keinen Fall erklären können, ohne sich zu schämen. Heute beruhigt sich das Wetter weitgehend. Die schwülwarmen Luftmassen der vergangenen Tage sind vorbei. Die teilweise massiven Regenfälle von gestern sind in der Nacht weitgehend abgezogen und heute klart es sich meistens auf. Ein Wechsel zwischen Sonne und Wolken und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen reichen von 20 bis 25 Grad. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tischis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 58 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 14 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Die 30.000 Windräder im ganzen Lande lieferten lächerliche 1 Gigawatt an Leistung. Sie standen praktisch still. Es herrschte Flaute, wie auch in den vergangenen Tagen. Die mittlerweile 3,4 Millionen Photovoltaikanlagen konnten um 12 Uhr mittags nur 20 Gigawatt an Leistung liefern. Mehr nicht. Der Himmel zeigte sich in den weiten Teilen Deutschlands bewölkt. Immer wieder gingen Regenschauer nieder. Am Abend um 20 Uhr kam nichts mehr von den Photovoltaikanlagen, merkwürdigerweise. Der Wind belebte sich ein wenig und die Windräder lieferten knapp 9 Gigawatt an Leistung um 20 Uhr. Die Kohlekraftwerke wurden auf knapp 24 Gigawatt hochgefahren und verhalfen Habeck wieder zum CO2-Weltmeistertitel. 452 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom wird als sogenannter CO2-Emissionsfaktor des Strommixes angegeben. Ziemlich viel für die Grünen, die doch Deutschland CO2-frei machen wollten. Gewaltige Stromimporte halfen, dass die Lichter nicht ausgingen. Fast 17 Gigawatt an Leistung wurden um 11 Uhr mittags importiert, zu einem Preis von 72 Euro pro Megawattstunde. Abends um 19 Uhr mussten immer noch 8 Gigawatt importiert werden, zu einem Preis von 109 Euro. Installiert sind mittlerweile Photovoltaikanlagen, die insgesamt eine Leistung von knapp 82 Gigawatt liefern können sollen, heißt es immer wieder. Fast 12 Prozent der Stromeinspeisung seien im vergangenen Jahr aus Photovoltaikanlagen gekommen, so die Jubelmedien. Vielleicht könnte Habeck mal erklären, wo der Fehler liegt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Nachrichten lesen clips. Das sind die